Zum dritten Advent gibt es für euch in Zusammenarbeit mit Airswog ein Mainboard zu gewinnen. Da einige von euch im Team Intel und die anderen im Team AMD spielen, habe ich mir überlegt, dass ich zwei Mainboards zur Auswahl stelle. Das H470 Steel Legend und das B550 Steel Legend. Das B550 Steel Legend ist ein Mainboard für AR4 Wisen CPUs mit einem PCI Express 4.0 Slot, einem ALC 1220 Audio Chipsatz und einem 2,5 Gigabit LAN Anschluss, zwei M.2 Slots und natürlich einen USB 3.2 Generation 2 USB Typ C Anschluss. Das H470 Steel Legend ist geeignet für die neuen Intel CPUs der 10. Generation. Hier haben wir zwei PCI Express 3.0X 16 Slots, einen ALC 1200 Audio Codec, ebenfalls einen 2,5 Gigabit LAN Anschluss, zwei M.2 Anschlüsse, die noch gekühlt sind. Beide Mainboards haben natürlich noch hochwertige Nishikon Black Caps Kondensatoren. Der Gewinner darf dann entscheiden, ob er ein AMD oder ein Intel Brett haben möchte. Gewinnen geht wie immer recht einfach. Ihr müsst Abonnent meines YouTube Kanals sein. Schreibt einen Kommentar hier unter dieses Video. Natürlich könnt ihr eure Chancen erhöhen, in dem ihr noch auf Facebook und Instagram mitmacht. Links zu meinen Social Media Kanälen findet ihr unten in der Videobeschreibung, ebenfalls die Teilnahmebedingungen. Zusätzlich läuft natürlich bis heute Abend 23.59 Uhr auch noch das Gewinnspiel zu den beiden Steel Series Gaming Mäusen. Hier könnt ihr natürlich auch noch mitmachen. In diesem Sinne einen schönen dritten Advent. Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao! Zwei Mainboards von Asrock, alles mega krass. Richtig geile Teile und auch was für jedermann. Overclocking und auch eine große Menge Leistung. Es ist kein Problem, denn ihr sagt immer bitte ihr zeigt uns, P550 Velocita. Gute Mainboards, glaubt mir hier ist alles optimal. Oder aufs die Legends, anstatt abzuhaar, zeige ich es euch hier auf, wir packen auf.